Das war so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja, sie ist ganz hübsch. Na und? Was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du, was du willst. Ich geh da jetzt nochmal hin. Was? Wohin? Zu einer Domspitz. Ja, war ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Was ist denn eigentlich los mit dir? Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich füll ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Ich bischen kann. Ich bischen an. Ich bischen an. Ich bischen an. Er hält die Frage. Das ist ein Bild. Ja, aber. Auch. Es ist ein Bild. Das ist die Frage. Ich bin ein. Ich bischen. Das ist in ihm. Ich bin ein Bild. Ich bischen an. Ich bin ein Bild. Bis zum nächsten Mal.